Der Blick auf die Spotify-Aktie könnte so schön sein. Nach den neuen Zahlen schießt die Aktie sogar um 12% nach oben. Aber es gibt zwei Slides, die mir ein ziemlicher Dorn im Auge sind. Die Spotify-Aktie ist für mich eine der spannendsten, eines der erfolgreichsten Tech-Unternehmen am Markt, eines, das disruptiv war für die ganze Musikindustrie und es bis heute ist. Auf der anderen Seite ist der Börsenwert im Verhältnis dazu wahrscheinlich eher enttäuschend, der liegt heute bei etwa 20 Milliarden Euro. Die Strategie wurde umfangreich auf dem Investor Day 2022 präsentiert und es gab jetzt gerade neue Quartalszahlen, ein paar Stunden bevor ich das Ganze hier aufnehme. Da gibt es einige Slides, die Kritik verdienen und einige positive wie auch negative Punkte. Konkret möchte ich heute kurz und kompakt auf fünf Punkte eingehen, die konzentrieren sich größtenteils auf den Investor Day und die erwähnten Quartalszahlen. Es gibt aber auch einen kleinen Ausblick auf die wichtigsten Fragen. In voller Ausführlichkeit habe ich die Aktie auch schon analysiert. Schau dazu einfach auf strategyinvest.de vorbei, Link findest du in der Beschreibung. Steigen wir direkt ein in die aktuellsten Zahlen aus dem Q4. Wir haben schon gesehen, der Aktienkurs ist stark angestiegen und die Zahlen sind auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Es kommt aber stark darauf an, worauf man sich konzentriert und die Kritikpunkte kommen gleich noch. Im Jahresvergleich ist die Nutzerzahl um 20% gestiegen, vor allem aber die in der werbefinanzierten Variante, über die Spotify weniger Geld verdient und um 14% sind die Premium-Abonnenten gestiegen. Der Umsatz hat auch um 18% zugelegt. Und damit landen wir auch beim ersten positiven Punkt, nämlich dass die Erwartungen übertroffen wurden. Das Management verspricht oder stellt gewisse Zahlen in Aussicht und dann ist es immer spannend für mich, das Management an den eigenen Zielen zu messen. Und hier sehen wir schon, was jetzt erreicht wurde gegenüber der Guidance, also den vorher ausgegebenen Zielen. Und das wurde tatsächlich sehr deutlich übertroffen, denn angepeilt wurden 479 monatliche aktive Nutzer, wir sind bei 489 gelandet. Und auch die Anzahl der Premium-Abonnenten ist um 3 Millionen nochmal höher. Also wachstumsseitig sehr gute Zahlen. Der Umsatz, die Umsatzerwartung, die wurde genau getroffen. Und auch die Brutomarge ist leicht höher als erwartet. Und der operative Verlust da ist da. Also wir haben einen Verlust, ein operativ negatives Ergebnis. Aber das Ganze ist geringer ausgefallen, als es erwartet wurde. Dieses starke Abonnentenwachstum sehen wir hier nochmal verdeutlicht. Dass Spotify es wirklich schafft, kontinuierlich, ob Pandemie oder keine Pandemie, ob Konkurrenz einsteigt oder nicht, immer weiter zu wachsen. Und hier auch auf Sicht von 5 Jahren ständig Abonnenten hinzuzugewinnen. Und wir sehen hier auch die prozentuale Verteilung. Und da fällt vor allem auf, dass die Abonnenten im Rest der Welt immer stärker zunehmen. Denn Spotify hat über, oder fast 500 Millionen Nutzer. Und da ist die westliche Welt irgendwann begrenzt. Und jetzt geht es auch in andere Länder, beispielsweise auch Indien oder auch Indonesien wird hier oftmals genannt. Und das ist eine entscheidende Frage, denn Spotify hat große Visionen, auf die wir gleich nochmal kommen. Und die Frage ist eben, ob Spotify es nicht nur schafft, bei uns in Europa oder in den USA zu gewinnen, sondern auch in diesen Schwellenländern zu gewinnen. Und dort wird tendenziell etwas weniger Umsatz verdient, weil die Abopreise dort geringer sind. Da ist davon auszugehen, dass anders als in der Vergangenheit auch Abonnentenwachstum, beziehungsweise Nutzerwachstum und Umsatzwachstum etwas stärker auseinander gehen werden. Das große Problem, das Spotify hat, ist ein anderes. Und dieses Problem sorgt auch dafür, dass die Spotify-Aktie vor wenigen Monaten tatsächlich ein Allzeittief markiert hat, also seit Börsengang noch nie so günstig war, wie hier etwa zum Jahreswechsel auf 2023. Denn die Börse achtet viel stärker als in den letzten Jahren auf Profitabilität. Also gibt es eine Profitabilität oder ist zumindest der Weg zur Profitabilität erkennbar? Und das ist die Achillesferse von Spotify. Wir haben gesehen, dass der operative Verlust geringer war, als er erwartet wurde. Aber wir sehen hier auch die operative Marge. Schon in Q3 lag bei minus 7,5 Prozent und in Q4 22 in dem letzten Quartal bei 7,3 Prozent. Das ist relativ deutlich, weil Spotify hat aktuell nur eine Bruttomarge von 25 Prozent. Also Spotify muss sehr viel an die Künstler abgeben, behält letztendlich dann 25 Prozent, aus denen dann die eigenen Mitarbeiter gezahlt werden und alle anderen Kosten bedient werden. Und selbst wenn Spotify einfach mal die Preise erhöhen würde, würde ja wieder ein Großteil nicht zu Spotify selbst gehen. Und deswegen sind diese 7 bis 8 Prozent schon gar nicht so wenig. Ich mache gleich nochmal eine Überschlagsrechnung, wie ich glaube, wie Spotify das Ganze möglicherweise drehen könnte. Ein Problem ist aber, dass in diesem Markt niemand so richtig happy zu sein scheint mit dem Geld, das er verdient. Also Spotify ist defizitär und die Künstler aus Spotify, die würden sich wahrscheinlich auch wünschen, einen größeren Anteil zu bekommen oder auch die ganzen Plattenlabels, die darüber gemanagt werden. Entsprechend ist auch Spotifys Strategie, stärker in andere Bereiche zu gehen, beispielsweise in den Podcast-Bereich, wo Spotify kein Geld abgibt. Die eigenen Ziele wurden also übertroffen. Das Margenproblem besteht aber nach wie vor. Und an dritter Stelle schauen wir jetzt mal auf den Free Cash Flow, denn da ist grundsätzlich positiv, aber wie Spotify das Ganze hier darstellt, das ist in meinen Augen durchaus kritikwürdig. Grundsätzlich ist die positive Nachricht, dass Spotify seit Jahren in jedem Quartal einen positiven Free Cash Flow ausweist, also es fließt mehr Kapital dem Unternehmen zu, als das Geld abfließt. Dieser Free Cash Flow ist nur eine von mehreren Metriken und inkludiert beispielsweise nicht die aktienbasierte Vergütung, die einige Aktienunternehmen auch sehr stark auszahlen, ich habe das schon mal in einem separaten Video besprochen, die dann den Cash Flow besser aussehen lassen, obwohl man sagen könnte, das, was an aktienbasierter Vergütung gezahlt wird, ist eigentlich auch mit dem Gehalt gleichzusetzen. Wenn man das macht, also einfach mal den Free Cash Flow noch um diese aktienbasierte Vergütung bereinigt, das habe ich mal für das vorherige Quartal gemacht bei Spotify, da lag man ungefähr bei 200 Millionen Euro Free Cash Flow, die aktienbasierte Vergütung lag bei etwa 100 Millionen, also lag man auch bei 100 Millionen effektivem Free Cash Flow nach Abzug dieser aktienbasierten Vergütung. Und das ist grundsätzlich die positive Nachricht und ein positiver Aspekt hinsichtlich des Margenproblems, aber jetzt schauen wir uns mal diesen Slide hier an. Und ich habe wirklich etwas gebraucht, um ihn zu verstehen, beziehungsweise ich dachte, ich hätte ihn verstanden und dann habe ich erst gemerkt, nee, Spotify will mir eigentlich etwas weismachen, was gar nicht der Fall ist. Hier sieht das Ganze ja immer noch sehr positiv aus. Also wir haben hier natürlich einen deutlichen Rückgang in Q4, 22 im Free Cash Flow, aber es ist noch über Null. Und hier ist es ja auch deutlich positiv, hier würde man jetzt denken, okay, eine völlig solide Entwicklung vom Free Cash Flow. Schauen wir aber mal auf den Text, dann sehen wir hier, dass wir einen negativen Free Cash Flow haben, minus 73 Millionen. Das Ganze hier ist eine Darstellung über die letzten zwölf Monate, es sind also vier Quartale inkludiert. Das heißt, über die letzten vier Quartale ist es schon deutlich gesunken, in diesem Quartal sind wir in einem negativen Free Cash Flow Bereich. Und diese Darstellung hier unten, die ist relativ selten, denn die ist einfach kumuliert. Wenn man hier auch unten liest, seit Q1 2016 wird hier einfach alles summiert, was Spotify an Free Cash Flow erzielt hat. Das ist okay, das sagt beispielsweise aus, dass Spotify es wirklich geschafft hat, seit 2016 also dann etwa sieben Jahre mehr Überschüsse zu erzielen, als es dann Geld vernichtet oder Geld verbrennt, wie es dann so oft gesagt wird. Aber trotzdem nimmt das eben definitiv den Fokus weg von diesem Free Cash Flow, der eben in diesem Q4 jetzt wirklich mal negativ war. Und abseits davon, wie man jetzt den Free Cash Flow interpretiert, finde ich das von der Vorgehensweise eben kritikwürdig. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass Aktionäre von Spotify, oder generell ist es, glaube ich, lehrreich, um Aktien zu bewerten und einfach, dass dieser kritische Blick geschärft wird und den kritischen Blick, den hat auch Spotify sich verdient. Einen weiteren kritischen Blick gibt es gleich noch, den hat Spotify sich auch nochmal verdient. Der vierte Punkt ist grundsätzlich die Frage bei Spotify, wie der Umgang eigentlich mit Big Tech ist, beziehungsweise wie Spotify dort bestehen kann. Wenn ich Aktien analysiere, dann schaue ich am liebsten auf Geschäftsmodelle, Burggräben und welches Unternehmen auch einen komparativen Vorteil hat gegenüber anderen. und hier muss ich sagen, ist Big Tech eigentlich stärker positioniert, gerade Apple mit Apple Music oder auch Amazon Music. Denn die haben bereits bestehende Kunden und die müssen vielleicht gar nicht so profitabel werden, wie es ein Spotify werden muss, sondern könnte den Dienst einfach gegen subventionieren. Das ist definitiv eine schwierige Ausgangslage. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade wachstumsseitig schlägt Spotify sich hier wirklich sehr gut und es ist kein Abbruch des Wachstumstrends zu erkennen und Spotify ist der klare Marktführer. Und diese These, dass andere das quer subventionieren könnten, das ist glaube ich erstmal richtig, aber man hat zuletzt gesehen, dass Apple auch die Abo-Preise angehoben hat und auch Amazon stellt unprofitable Geschäftsbereiche auf den Prüfstand. Also in der Praxis scheint es eher so zu sein, dass die anderen auch gucken, dass der Service für sich genau irgendwie profitabel ist oder funktioniert und Spotify nicht durch irgendwelche Preissenkungen der anderen Dienste aus dem Markt getrieben wird. Also auch die aktuellsten Zahlen sind für mich eher ein Zeichen, dass es zwar diese Konkurrenz gibt und dass es immer bedrohlich ist, gegen Big Tech anzutreten, aber dass Spotify sich hier erstaunlich gut schlägt. Und der fünfte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Vision von Spotify und das geht ein paar Monate weiter zurück, nämlich auf den Investor Date 2022. Dort wurden 400 Folien vorgestellt, das Ganze war ziemlich umfangreich, aber was beispielsweise aufgefallen ist, ist die Ankündigung, dass über das nächste Jahrzehnt 100 Milliarden Dollar in Umsatz erzielt werden sollen. Die Bruttomarge soll auf 40% steigen, wir liegen aktuell zwischen 25 und 30% und es soll 20% operative Marge erzielt werden. Also Spotify soll deutlich profitabel werden, im zweistelligen Prozentbereich profitabel. Und auch diese 100 Milliarden Dollar an Umsatz, die sind etwa das Neunfache von dem aktuellen Umsatzniveau. Das Ganze wird auch noch weiter runtergebrochen, noch mit dem durchschnittlichen Umsatz pro User, wo Spotify da über welche Wege hinkommen will und über welche strategischen Hebel. Wie gesagt, alles Ausführliche. Dazu findest du nochmal in meiner Aktienanalyse, beziehungsweise was ich daraus gearbeitet habe und für mich wichtig fand. Ein Kritikpunkt verdient aber ein anderer Slide, denn da geht damit Hand in Hand. Spotify hat eine große Vision und das ist ja erstmal ein positiver Aspekt, dass auch Spotify Wege sieht, den durchschnittlichen User-Umsatz zu erhöhen, mehr User zu gewinnen, eine größere Plattform aufzubauen, Wachstumshebel zu nutzen, um dann auch am Ende den Börsenwert zu steigern. Und über diese Wege, sagt Spotify, soll das Ganze passieren. Also man sagt hier oben, wiederkehrende Abos und Werbung und sein Marktplatz. Das ist letztendlich das Fundament über Spotify hinweg und dann gibt es unterschiedliche Angebote für den User. Musik, das Kernangebot, wahrscheinlich auch das mit dem größten Markt, dann Podcasts, davon bin ich natürlich selber auch ein Fan, als jemand, der schon seit 2017 einen Podcast hat, auch wenn Spotify selber, jetzt darf er keinen Cent bezahlen, aber Spotify bringt gewissermaßen die User auf diesen Podcast. Und dann haben wir XYZ. Und das ist eben eine ziemlich schwammige Strategie. Also man sagt letztendlich, wir wollen riesig groß werden, wir wollen enorm profitabel werden und Spotify konkretisiert das schon auch an anderen Stellen. Aber was jetzt genau die Hebel sind, genau die Wachstumssegmente, welche Bereiche das sein sollen, das bleibt hier eben etwas nebulös. Einer, das wird dann noch ein bisschen klarer, ist der Hörbuchbereich. Also Spotify möchte auch jetzt in den Bereich Hörbücher einsteigen oder man könnte Events buchen zu einzelnen Musikern, die man bei Spotify hört. Ob die Bereiche dann aber auch so groß werden, wie der Musik- oder der Podcast-Bereich beispielsweise. Der Hörbuchbereich ist nach meiner Wahrnehmung auch schon deutlich gesättigter. Das ist eben nochmal die andere Frage. Aber grundsätzlich ist das schon ein Slide. Ja, der einfach wahnsinnig unkonkret ist und so ein bisschen in die Kerbe schlägt, bei der ich prinzipiell vorsichtig bin, irgendeine Story zu erzählen, was dann manchmal auch tatsächlich klappt und was ja auch Vorteile haben kann, aber die mir dann etwas zu vage ist oder wo ich mir etwas mehr Konkretheit wünschen würde. Mein Zwischenfazit dazu ganz konkret jetzt auch nach den Zahlen und als jemand, der tatsächlich selber in Spotify, zumindest mit einer kleinen Position investiert ist. Ich bin dabei aber tatsächlich schon Anfang 2020 eingestiegen und ich habe nochmal im kleinen Stil nachgekauft, hier etwa bei 92 Euro. Das heißt, meine Spotify-Position ist sogar minimal im Plus, obwohl natürlich es hier eine lange Zeit gab, wo sie noch viel deutlicher am Plus lag. Aber ich habe aktuell nicht nochmal stark nachgekauft, auch wenn der Kurs ja optisch so günstig aussieht. Ich bleibe aber auch investiert. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Überlegungen dahinter. Ich habe ja auch in der Analyse nochmal analysiert, wie die Akquisitionsstrategie aussieht, wie die Bilanz aussieht, die Überlegungen hinter der Podcast-Strategie und wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist, wie realistisch das ist, was Spotify da wirklich anstrebt, auch mit dem durchschnittlichen Umsatz pro User. Also das alles findest du nochmal in der ausführlichen Analyse. Grundlegend müssen wir bei der Aktie festhalten, wir haben eben eine höhere Unsicherheit, weil wir nicht wissen, wie profitabel Spotify am Ende sein wird, obwohl wir eigentlich, zumindest umsatzseitig, ein sehr vorhersehbares Modell haben, weil wir sehen, diese Umsatzentwicklung und diese Nutzerentwicklung, die ist eben ziemlich linear und ziemlich konstant. Es gibt Licht und Schatten. Es gibt große Konkurrenz durch Big Tech. Auf der anderen Seite schlägt Spotify sich sehr gut. Die Margen sind nicht da, wo sie sein sollen. Wenn sie allerdings deutlich steigen, dann wird das auch durchaus positiv im Aktienkurs zu erwarten sein. Und es gibt mit dem Free Cashflow immerhin positive Entwicklungen, auch wenn Spotify sich sehr viel Mühe gegeben hat, im letzten Earnings Call das Ganze noch positiver darzustellen, als es dann in der Praxis wirklich ist. Schaut man sich mal die Margenentwicklung von Spotify an. Dann sehen wir hier auch, dass die Bruttomarge ziemlich konstant bleibt. Und die operative Marge, die schwankt immer so um den 0%-Bereich. Und die war jetzt aber tatsächlich zuletzt im Q3 2021 durchaus mal positiv. Also nicht nur der Free Cashflow, der fast immer positiv ist, sondern auch die operative Marge. Dann schauen wir mal in den Shareholder Letter von Q3 2021, dieses besagte Quartal, wo Spotify profitabel war. Und ich bin hier schon irgendwo im Anhang, also tief in den Geschäftszahlen drin. Und wir sehen hier ein Bruttogewinn von 668 Millionen Euro in diesem Quartal. Und am Ende gab es eben ein positives operatives Ergebnis von 75 Millionen Euro. Und wir sehen, es gingen hier etwa 200 Millionen in Research and Development, also Forschung und Entwicklung, 280 in Sales and Marketing, 105 Millionen in generelles und administratives. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Etwa anderthalb Jahre später, dann sehen wir, dass die Kosten eben deutlich hochgeschraubt wurden. Generelles und administratives sind wir jetzt bei 160, Sales and Marketing von 280 auf 450 und auch beim Research and Development haben wir uns ziemlich genau verdoppelt von etwa 208 auf 415 Millionen Euro. Spotify hat dort also unter Beweis gestellt, schon profitabel zu sein und das Unternehmen war sicherlich vor anderthalb Jahren kein gänzlich anderes. Man hat einfach deutlich mehr jetzt in Sales und Marketing ausgegeben, was sicherlich auch dazu geführt hat, dass der Umsatz noch so stark wachsen konnte. Aber man gibt auch deutlich mehr für Forschung und Entwicklung aus. Und die Vision wäre eben, wenn Spotify immer größer wird, dass dann prozentual der Anteil an generellem und administrativen sinkt, dass man irgendwann auch die Sales und Marketing Ausgaben runterfahren kann. Und das ist eine spannende Fragestellung für mich, weil wir ja alle, die Spotify im Premium aber nutzen, monatlich Geld an Spotify zahlen. Und dass Spotify womöglich diese Ausgaben deutlich runterschrauben könnte für Sales und Marketing, weil wir als Kunden nicht immer wieder neu gewonnen werden müssen und der Großteil des Umsatzes dann trotzdem bestehen bleibt. Und das wäre eben noch ein relativ deutlicher Effekt auf die Marge. Und inwiefern Forschung und Entwicklung jetzt für immer und ewig so hoch bleiben muss, das kann man eben auch nochmal diskutieren. Aber ich glaube, gerade Sales und Marketing könnte ein Hebel sein. Das ist also in aller Kürze meine Zusammenfassung der neuesten Zahlen und wo ich sie gerade im längerfristigen Kontext einordne. Ich werde die Spotify-Aktie natürlich im Auge behalten und bin sehr gespannt, welche These hier eintritt oder ob sie vielleicht anders eintritt. Lass mich auch gern wissen, was du zur Spotify-Aktie denkst oder auch speziell zu den Spotify-Zahlen und natürlich vor allem zu den zwei kritikwürdigen Slides, die ich hier mal angebracht habe. Und schau dir natürlich gern eins der anderen Videos auf diesem Kanal an. Wenn es dir gefallen hat, bedanke ich mich für jede positive Bewertung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.